Schauen Sie mal, Zuckerschock! Wir sind zu Gast im Tierheim in Gröbern und hier warten diese drei kleinen süßen Katzenwelpen auf eine neue Familie. Die sind jetzt ungefähr sieben Wochen alt, sind mit drei Wochen hierher gekommen, hatten einen ziemlich schlechten Start ins Leben, wurden gepäppelt, aber jetzt sind sie fit und jetzt können sie bald in ein eigenes Zuhause ziehen. Wie gesagt, sieben Wochen sind sie alt, Anfang Juli werden sie vermittelt, nur im Doppelpack, also die werden nur zu zweit abgegeben, weil zu zweit sind die einfach fröhlicher, ob als Freigänger oder Wohnungskatze, das ist egal. Wichtig ist, dass sich ganz ganz tolle Menschen finden, die den Kleinen ein ganz tolles Katzenleben bescheren. Also, wenn Sie sich für die drei Kleinen interessieren, dann schauen Sie einfach mal hier im Tierheim in Gröbern vorbei. Anfang Juli, wie gesagt, werden die Zwerge vermittelt und ich würde auch gerne eins mitnehmen. Also, gucken Sie mal, die haben noch so kleine süße blaue Augen.